Stimmt ja. Ja, wir haben Excalibur. Und damit herzlich willkommen zu Terraria erneut. Nach kurzer Zeit. Machen wir wieder weiter. Mit dem Petri und mit dem Simon natürlich wie immer. Hallo. Hallo. Und mit dem Kevin. Nach dem Update haben wir alle so Bock gekriegt. Aber für die Zuschauer wird das ja kein Unterschied sein. Warum kein Unterschied? Und beim Simon ein komischer Luftballon am Kopf. Ja, das ist die Änderung. Ja gut, mal sehen. Haben wir... Kevin, du hast doch letztes Mal eine Holzfarm angelegt, oder? Ja, die ist links. Ich muss aber verschönerst werden. Ja, dann lass mal... Ich brauche Holz. Ja, ich glaube, da ist aber noch nichts angepflanzt, weil das erst grün werden muss. Ja, hier ist doch schon grün. Haben wir Setzlinge, oder wie das heißt? Äh, machen wir den Samen halt. Ja, das sind diese Eichen. Machen wir die Bäume hier weg. Ich kann es leider nicht, weil ich keine Axt habe. Kommst du noch grüne Party? Ja, Simon, Party, genau. Party! Party in der Haus. Party. Ich war komisch aus jetzt mit den Schilden und so. Verlustig. Du kannst es auch deaktivieren, wenn du willst. Bei dem Moment-Slot ist direkt so ein kleines Oval. Stimmt, sie hat immer noch seine Vorlangen. Süße. Party. Luftballon ist das. Ich habe nämlich letztes Mal aus allen Kisten rausgenommen Ja. war alle Kleidungsstücke. Ich will halt alle Kleidungsstücke sammeln, an diesen Statuen. Also werfen wir nichts weg und behalten das. Ja, genau. Zumindest das, was wir noch nicht haben. Also ich würde... Okay. Wir haben aber kein Holz mehr, beziehungsweise keine Statuen, ne? Haben wir glaube ich das letzte Mal gesagt. Stimmt, ja. Oder? Wir hatten gern Holz, ja. Also, wo haben wir denn... Ich gucke einfach mal in die Kisten. Ich gehe mal weiter nach rechts, dann gucke ich mal, ob da Holz ist. Ja. Meine Minimap ist voll verpackt. Die ist gar nicht aufgedeckt. Nicht? Ja, bei mir ist, äh, in meiner Hauptwelt die Minimap auch kaputt gegangen. Hier sehe ich alles. Hier sehe ich gar nichts. Bei mir ist es da. Ist alles neu entdecken. Willst du nach in der Aufnahme meine Ficken, die ich von der Welt gesammelt habe? Oder willst du nochmal frisch? Ja, ich mache frisch nochmal. Toll. Hat der jeden, äh, ne Megaschal und Flügel kriegen. Fuck ey, ich wollte Holz sammeln gehen und habe gar keine Axt. Jetzt kann ich wieder zurück. Haben wir noch ne Axt irgendwo rumfliegen? Ohne Bittiger. Ja. Noch mal ne Goldachs von damals. Irgendwie sind auch einige Texturen angepasst worden, ne? Zum Beispiel das Goldfischglas in der ganz rechten Truhe. Es sieht anders aus. Echt? Stimmt, ja. Voll hübsch. Auch dieses Obsidian-Schild, das wir alle haben. Ja. Ja, stimmt. Einiges anders. Cool. Und man kann das ausblenden, dass das nicht angezeigt werden soll. Ja, diese Auge. Ah, ich, dann lasse ich das mit dem Ballon und dem Schild. Brauchen wir Gold nur, ne? Kann ich mir nehmen, ne? Eigentlich so'n Umhang, yeah. Obwohl ich das mit dem... Oder? Ach, der? Ist das der, der die Sterne macht, wenn du Schaden kriegst? Ja. Ich hab'n Cape, yeah. Kann ich den färben? Ich will den grün haben. Ich bin the green man. Ich bin... Ich looah. Wenn du irgendwo grüne Farbe herkriegst, kann man nicht den Farbenhändler da unten? Da unten haben wir. Cool. Ähm... Ich freut's auch. Also bei mir läuft's auch alles flüssig. Das freut mich grad besonders. Ja, mich auch. Also dass es keine Verzögerung ist oder sowas. Im Vergleich zu Glockfreund. Ähm... Aber ich finde kein Holz. Kupferax, juhu! Ich glaub' der... Ich hab' auch nur ne Eisenachs gewinnt. Der einer Farbenhändler ist, glaub' ich, noch gar nicht da. Echt? Ja. Der glaub' ich noch tot vor dem... Es gibt zwei, einer um Holz zu färben und einer um... Um dieses... Gibt's auch nen Kleidungshändler? Ja, hat der mit dem Hut? Der mit dem Hut. Ah, da. Ähm, guck mal, ist Petri. Ähm, unsere ersten Hütte. Ist auch ein NPC. Sommerhut! Geil! Vertrauenssinn. Ja, das ist er, das ist er. Was? Bei... Bei der Spornhütte. Ist der... Äh... Der diese Farben verkauft. Ja, hab' mal Erinnerung. Hol dir einen grünen Eimer. Wo ist der Eimer denn? Nimm dir Geld mit. Ich habe drei Goldnützen dabei. Wer ist das? Ich versteh's, ich weiß grad nicht was. Ach, wir brauchen den... Den Apparat, mit dem man Farbe herstellen kann. Der kostet fünf Gold. Ja, kaufen doch. Den kann man sich das Ganze dann craften. Geil, wir können ein Jackpack kaufen. 40 Gold, ey. What? Ja, dann machen wir lieber die Flüge. Green Solution ist Solution Farbe. Ja, genau. Ne, Munition ist das. Das ist für diesen... Clan Terminator, der Biom-Änderer. Was ist denn hier? Pink Paint. Ah, hier ist Farbe. Green Paint. Ja, das ist aber für Holz, die Farbe. Echt? Wir müssen die eine Craft-Station für die Farbe kaufen, die der andere anbietet. Kostet fünf Gold. Fünf Gold, ich hab' drei Gold dabei. Na, oder noch zwei? Da muss man ein bisschen was zum Verkaufen oder so. Dunkelsporn, die brauchen wir doch eh nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Wenn ich eine Händrisse bauen will. Die hat man sich so hart erfarmt. Schnieb. Schnieb. Wo... Farmst du schon Holz, Kevin? Ja. Ist das... Ist das der Farbentyp? Genau, das ist er. Ich bau grad schon einen riesen Baum ab. Fünf Gold. Ich hab drei Gold. Wie viel Gold hast du? Ähm... Jetzt hab ich... ...eineinhalb. Wie kann man denn verkaufen, eigentlich? Einfach den in die Hand drücken. Einfach in den Slot reindrücken. In welchen Slot? Ähm... Der hat doch... ...nein... ...40... Wenn du auf Geschäft klickst. Ja, achso, in irgendeinen freien Slot rein. Genau. Weiß ich, was du meinst. Wenn man so ein bisschen Crab passern kann, kann man das... Weiß ich mich... Ich hab mir mal voll viel dabei, aber... Scheiß Pixies, ey. Gehen wir vorm Sack. So. Ich komm... Ich helf dir mal mit 38... Äh... Gold. Wie viel? Ach, äh... 38 Holz, meine ich. Entschuldigung. Ähm... Ich hab 200. Wollen wir denn hier eine Workbench? Warte, was hast du denn in die Gewitterwolke? Wir haben keine Workbench hier. Hau sie! Was bringt die denn? Die droppt mit kleiner Wahrscheinlichkeit den tollen Stab, der so eine richtige Wolke macht. Also diese... Nö, leider nicht. Diese Blutwolke, die man in Crimson bekommen hat. Ja. Und diese Gewitterwolke, die glaubt mir um einiges bessere Version. Und man... Also diese, nur besser. Okay. Und man kann zwei gleichzeitig machen. Unicorn! Wuh! Sterb er fast. Wow! Alter, der wäre fast verreckt. Ja, die Einhellnahme denn ist eigentlich nicht zu spaßen. Ich dachte, die wären verloh. Ne. Die hauen rein. Holzer! Und dann schon wieder ein Goldfisch rum. Oh, die sind tot, die Goldfische. Die droppt man nicht mehr. Oh, interessant. Ich glaube, die gingen jemanden auf den Sack. Endlich! Ich habe den Effekt von der Rüstungans vergessen. Welchen? Den mit dem Herzchen. Ach, du trägst gar nicht diesen Hello-Helm? Nein. Wir hatten doch keinen Dings mehr. So, wir konnten doch nur einen machen bisher. Ne, zwei. Ja. Und dann bist du der Glückliche, der es nicht hat. Ihr könnt ja immer noch den anderen verwenden, und die in der Truhe reinlegen, bis wir die volle haben. Ja, ich weiß nicht, was besser ist, weil du hast zehn Rüstungen mehr. Ja, okay, das ist ein Traum. Huch, ich kann nicht aus dem Spiel rausklicken. Aber die Sache einfach, dass man Regeneration hat, wenn man die Viecher hat, das ist schon... nicht schlecht. Ja. Ah, der Zauberstaff ist echt der Hammer. Wo habe ich den nochmal gekriegt? Keine Ahnung, hast du den nicht gedroppt? War das nicht in einem Spin? Nee. Oder in der Truhe? Nee, in keiner Truhe. Ich habe den schon irgendwoher gedroppt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich hoffe, in den Spinnen. War es. In den Spinnen? Doch, okay. Warum laufen wir eigentlich zurück? Keine Ahnung. Immer nur mit einer Farbe. Hast du noch irgendwas, was du jetzt verkaufen kannst? Äh. Keine Ahnung, scht. Ich habe den Spinnen bekommen. Holt. 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 Gefarmt. Wie viele Goldwinzen hast du jetzt? Huch? Ähm. Ich habe fünf. Ah. Ja, dann kannst du, wenn du jetzt mal hier vorbeikommst, direkt die Grafstinkfunktionen haben. Leih, jetzt habe ich Spiegel benutzt. Heißt die Wanda. Mann. Ich will zur Farbe. Ich will nicht wieder zurücklaufen. Können wir den nicht in einen anderen Raum zuordnen? Ja, ja, ich kann den schon mal. Den wirst du jetzt eh nur einmal benutzen. Also jetzt wohnt er schon mal hier, aber noch ist er drüben. Wenn ihr weit genug wechseln, dann wird er sich irgendwann rüber porten. Das ist jetzt hier schon vorher. Ja. Nein, da ist noch frei. Ja, und da unten links und oben rechts. Ja, stimmt, ja, ist gut. Und da oben kann man noch eine Tür reinmachen. Hä, ich habe vorhin den Bug. Bei mir hier öffnet sich die Karte nicht. Also die wird nicht aktualisiert. Ah, jetzt. Ich muss mal ein paar mal Tab drücken, dann klappt das. Jetzt wird ja die ganze Karte da, oder? Ja. Alles klar. Komplett da. Gut. So, ich habe die kleine Börg. Wo soll die hin? Links. In das Arbeitszimmer, oder? In das Arbeitszimmer, ja. Ich bin... Ganz links, oder so. Ich nenn mal die Erztruhe, um den Erz. Oder oben drauf, mach die oben drauf, Simon. Hier. Wir haben doch hier links noch frei. Aber da oben ist doch schön. So. Nee, vielleicht nicht. Dann mach ich hier irgendwo hin. Dann nimm die Truhe mal weg, bitte. Geht nicht, die ist voll. Was denn? Mit Tränken. Nicht einsammeln? Wo ich ja alle wieder ablegen. Und so weiter. Guck auf. Das ist einfach so. Wie es aussieht. Oh, Blutmonst. Hm. Kann ich das jetzt färben? Ähm, da wird das Zeug gecraftet jetzt. Wo kann ich diese eine Struktur bauen? Beim Sägewerk, oder? Ja. Oh mein Gott, wie viele Fischer kommen. Ah, da. Ein Barstuhl kann man jetzt machen. Wie alt ist das? Man kann auch einen Mainstuhl machen. Man kann auch eine Bar machen. Ich kannte das vorher nicht. Was ist eine Bar? Was ist das denn? Woman, Womannequin, Mannequin. Ja, das ist, Mannequin ist diese Statue, diese Rüstungsstatue, die wir haben. Ja, das andere ist für Frauen. Haben wir auch weibliche? WTF? Statuen. Ja, es gibt auch jetzt weibliche, Womannequin. Also es gibt verschiedene Looks für Rüstungen, aber es könnte sein, dass das das, äh, Ich habe ja so eine Pixie-Shirt und Pixie-Pants, das ist vielleicht für Frauen, ja. So, wenn ihr jetzt übrigens über, über die Tränke, äh, Du willst noch mehr an meine Queen kaufen. Ich brauche noch mehr Holz. Ich habe ganz viel, ich gebe dir mal alles. Ja, okay. Ich will nämlich sechs Stück machen. Okay, da war das ein bisschen viel für sechs Stück. Egal, dann habe ich halt noch was. Wo sollen wir die denn hinstellen? Ich würde dir halt, ich würde dir halt, ich würde halt einen, so einen Bereich, wo die überall hinkommen. Ja, oben, oder nicht? Hier, haben wir doch jetzt mal gesagt. Ja, hier ist aber zu wenig Platz. Eine kann doch hier hin und dann weiter oben, oder? Komm, muss halt das Bett weg, und die komische Statue, oder? Ach, die Clowns sind da. Was, die Clowns? Ja, die schmeißen Bomben. In Terraria 1.1 haben die wirklich noch Materialschaden gemacht. Ach, das ist ja jetzt scheiße, wenn das jetzt noch wäre. Nein, nein, das wird zum Glück weggemacht. Ich habe mich bei Blutmund dann immer unten verkrochen, weil ich keinen Bock hatte, dass sie meinen tollen Schutzwall kaputt machen. Aber ich habe dieser Schutzwall, der dafür sorgt, dass die Biome sie nicht verbreiten. Aber das war richtig scheiße geworden, wenn die Biome in mein Quartier reingewachsen werden. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich glaube, der ist kurz, Alter, was ist denn hier los? Ach, ja. Was ist denn da? Ich brauche viele Leute. Ich brauche viele Leute Party. 500 Kupfermünzen bekommen schon. So, ich habe mal die Tür verrammelt von den NPCs. Alter, was ist das denn? Ice Golem. Was ist das denn, ein Clown? Das ist der Clown, ja. Geil. Droppt der eine Kleidung oder sowas? Oh, ist das da wie ein Ice Golem? Im Moment, wo man den ersten Clown fein gelassen hat, kann man beim Clown